Hallo, ich bin die Svendel Töss, ich bin 27 Jahre alt und trier in uns mein Leben. Ich bin zum Triathlon gekommen durch ein Preisausschreiben von Thomas Cook damals und habe dann den Startplatz mit Hotel und Flug für den Eimel 70.3 Mallorca bekommen und mich gleich beim ersten Mal für die Weltmeisterschaft in Las Vegas 70.3 qualifiziert. 2018 war für mich ein super Jahr mit dem Wechsel zu René Rosa und in die Schweiz meinem neuen Trainer Markus Jetsa konnte ich gleich beim ersten Versuch beim Eimel in Cozumel den Startplatz für die Weltmeisterschaft Hawaii holen. Der Höhepunkt 2019 wird die Weltmeisterschaft Hawaii sein, wo ich nochmal alles aus mir heraus holen will. Das Schöne bei René Rosa ist, dass der Anzug auf mich angefertigt ist, aerodynamisch sehr schnell ist und auch noch gut aussieht. Außerdem gefällt mir bei René Rosa, dass das Umfeld sehr familiär und professionell ist. euch Cert te breaker. Be damit murderer ein Fisch? Bis zum nächsten Mal. Jama school. Bones